Herzlich Willkommen zurück bei Happy Wheels auf Janas TV und heute dabei mein Bruder. Das bin ich. Und dann beginnen wir mit, also heute kommen nur Levers die gute Werte geworden sind. Da ich die besten von dieser Woche nicht laden kann, da habe ich Schwierigkeiten. Geben wir mal die mit den guten Sternen. Das wäre jetzt mal so ein Level. Das habe ich vorher bereits einmal ein bisschen probiert. Und wir werden heute zweimal 10 Minuten aufnehmen. Das bedeutet circa bis 35. Und dann nochmals 10 Minuten. Circa bis 35. Das ist eine Zahl. Jetzt ist es 23 nach 3. Was war denn das? Was ist das? Achtung da kommen so viele Dinge. Da kommt es gleich. Ist das das Game das so tönt? Oder ist es der Perse der gleich? Weiß es. Was ist das? Was ist das Game? Was war die Mühe? Was war die Mühe? Die Mühe? Was war die Mühe? Was war das denn die Mühe? Was war das denn der Perse? Das war das Problem. Ja, jetzt muss ich schnell schauen, dass ich... Down, Down! Nein, rauf. Down. Nein, rauf. Gut. Ganz gut. Gut, jetzt hoffe ich, wir haben wieder den ganzen Bildschirm. Das sollte so gut sein. Jetzt da, zweite Seite. Ich hoffe, es kann laden und wenn nicht, dann halt nicht. Dann weiss ich auch nicht weiter, dann hat Happy Wheels ein Problem. Ich hoffe, es geht jetzt nicht so lange. Ja. Da ich heute schon eine Stunde AeroStruck abgenommen habe, habe ich ein bisschen genug erzählt und weiss jetzt gerade nicht, was ich sagen soll. Vielleicht weiss auch mein Bruder Jay noch etwas zu sagen. Es hat geladen. Und ich spiele jetzt. Nein, das erste mache ich. Du kannst das... Das dritte mache ich. Das dritte mache ich. Nein. Klar. Ja, das ist gut. Ja, ich hoffe, es kann jetzt laden. Und ich glaube, ich muss ein bisschen lauter reden, sonst versteht ich mich nicht. Ich weiss nicht, die Videos waren leise, die letzten. Darum schreie ich jetzt ein bisschen. Ja. Ja, wann wird das geladen werden? Ja, sonst hole ich mir etwas zu essen. Ja, wir haben hier ja noch ein bisschen Kekse. Ja. Mal ein bisschen Schleichwerpeln machen. Nicht gerade. Nicht gerade. Vogelnässtli. Oder was auch immer. Steht da drauf. Was haben wir heute noch als Schleichwerpeln? Ja. Ich habe mein T-Shirt von Sale. Happy Wins T-Shirt. Ganz gute Qualität. Was mit einer Müllermilch. Sollte ich da noch ein bisschen Schleichwerpeln machen. Aber jetzt war das nichts. Wann ist das Müll oder Watt? Ja. Sollte ich dann jetzt mal die Hoffnung aufgeben, dass das nicht mehr laden wird. Drücke ich mal F5. Das war F6. Jetzt drücke ich auf F5 und fresse mal ein Stück Keks. Gib mal nach oben. Nicht noch mehr Schleichwerpeln einblenden. Alles für wahre Weihnachtssängel. 40% auf Zweifel XXL Packungen und Natur und Paprika. 40% auf gekochte Bio-Kavetten. 30% auf Bündner Fleisch. Diesen Montag bis Mittwoch in ihrer Migros. Ich weiss. Das war doch Migros. Habe ich es doch bewusst. Ja. Jetzt noch ein bisschen Wicola Schleichwerpeln. Zitronenmelisse mit Vitamin C. Wenn man zu viel nimmt, bekommt man Durchfall. Ja. Ja. Jetzt geht's mal drauf. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 Nimm den Vater! Woher kennen wir dieses? Ich geh, ich geh, wenn ihr die Tante von hinten! Ich geh ja schon, nur nicht stressen. VIKTORI! Tück ab! Unsere Axt! Was geht? Ist das mein Kanal oder deiner? Keine Ahnung. Nein, das ist Poker. Ja, mach das! Ich muss Poker machen. Das ist das mit... Wer ist denn da? Bitte jetzt? Das ist das mit dem Helikopter! Das ist das mit dem Helikopter! Ah! 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 Nimm den Helikopter! Dah! Ich nehm mich! Ah! 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 Wir sind wieder um! Ah! Ich mache jetzt Coberman! Ok! Da oben! Ich kann gerade nicht so viel sprechen, weil ich gerade den Mund vorhabe. 2 auf 1! Meh! Meh! Selber ein Schaf! Gut! Was heisst Meh auf Englisch? Meh! Entweder bin ich zu blöd oder doch etwas dumm. Warum steht hier Kontroll? Muss ich Kontroll drücken? Stimmt das? Ja! Seit wann? Kannst du nichts machen? Hast du es nicht gewusst? Das ist der gleiche Effekt, wie du zweimal in den Anglischen gehst. Das klingt aber nicht so gut. Geht da oben! Geht da oben! Geht da oben! Geht ab! Jetzt kickst du mich in den Rücken! Nein! Nein! Ich hasse Pogo! Oder ich liebe Pogo! Wie man es nicht! Und dann bin ich sofort schon auf! 23 haben wir angefangen! Jetzt mache ich da einer auf! Wie soll ich dem sagen? Du kannst das schon nicht! Ich weiss nicht! Du musst mit dem Kopf! Der Kopf muss vorne sein! Okay! Und dann gehst du da und da! Nein! Es geht auch so! Ja! Und da musst du halten! Wie soll ich mich da halten? Ja! Ich meine so! Der Kopf bleibt! Aber mit dem Kopf! Was soll ich so? Ja! Ja! Nicht immer schlagen! Nur der Kopf bleibt! Was machst du? Oh Gott! WTF?! Ah! Was? Ist er mir angekommen? Nein! Oh! Das war aber ein heftiger Stromschlag! Ja! Das war dabei! Ich wollte sagen, wenn du jetzt stirbst! Ich war ein bisschen abgehängt! Ja! Mach ein neues Level! Ich kann es wieder nachgrenzen! Warum? Ja! Wir haben noch gar keine Victory! Das hast du gemacht! Da oben! 93! Nein! Ich boge! Nein! Das kann ich! Glaube ich! Geh mal hinten! Hier ist nichts! Nein! Nein! Das machen wir nicht! Ist ein bisschen blöde! Hoffentlich kein Pogo! Nein! Ja! Ja! Was klebt denn hier auf dem Bildschirm? Kann ich das machen? Was mache ich? German let's play! German let's play! German let's play! Nein! 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 Ich muss mich nicht mehr hier nicht halten! Was? Geht ja nicht! Was? Nein! Nein! Ich muss schon mit den Händen warten! Nein! Mit dem Kopf! Wie sonst! Uff! Ich habe vergessen zu drücken! Das könnte hier etwa nach einer Stunde gehen! Er klebt gerade eine Axt in dem Arsch! Mach du! Oh! Ich mach jetzt! Ich kann das vielleicht! Schau schon! Auf der rechten Zeit hast du auch zwischendurch ein Stromschläger! Komm! Lass los! Was machst du da in der Aufschwuchte? Man kann nicht den alten Dingen festhalten und es loslassen können! Oh! So geht das! Oh! Das ist falsch! Ich muss so mit der Tipp zeigen! Noch reist du da! Na! Oh! 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 Das sind schon 11 Minuten! Oh my god! Ja! Nach diesem... Spennis! Nach diesem Video werden wir mal aufnahme Pausen... Aufnahme Pausen! Also mach ich nicht... Nach einer Ausnahme! Aber wir werden schnell Pause machen, dass ich das Video schnell... Dass es nicht das gleiche Video wird! Oh nein! Wow! Ich kann das noch nicht! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Ich steh eine Stange im Arsch! Ja, ich geh entde! Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen! Bye, bye! Ein Flattentaster finden würde, könnte ich auch beenden! Ah, hier ist sie!